Heute werden wir uns mit der wahrscheinlich bekanntesten italienischen Geste beschäftigen. Ich habe so viele Witze über diese Geste bis jetzt gehört oder besser gesagt gesehen und heute wird das unser Thema sein. Nicht nur das, am Ende von diesem Video werde ich euch einen italienischen Mann unter der Dusche zeigen. Siete pronti? Seid ihr bereit? Cominciamo! Lasst uns anfangen! Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana l'italiana. Guten Tag an alle von Tiziana l'italiana. Herzlich willkommen, benvenuti zu meiner Reihe Italienisch sprechen mit den Händen über die italienische Geste. Heute beschäftigen wir uns mit der Geste, die wahrscheinlich die bekannteste und verbreiteteste ist. Deutsch ist so einfach. Hai già capito? Hast du schon verstanden? Si? Das ist die Geste. Ich zeige die Geste auch von der Seite. Ja, was bedeutet diese Geste überhaupt? Wir benutzen diese Geste, wenn wir etwas nicht verstehen und wir möchten betonen, dass wir deswegen genervt oder überrascht sind. Zum Beispiel sagt man oft Was willst du überhaupt? Ein anderer Satz, der diese Geste begleiten kann, ist zum Beispiel Cosa stai dicendo? Was erzählst du? Ein Beispiel. Jemand sagt mir Tiziana, die deutsche Sprache ist so einfach. Ich habe die Sprache in einem Monat gelernt. So easy, wie man auf Englisch sagt. Dann würde ich reagieren mit Cosa stai dicendo? Okay? Was erzählst du? Wir können noch weniger Wörter benutzen. Unglaublich aber wahr, obwohl wir Italiener sind. Wir können auch sagen, er lora? Na und? Zum Beispiel, ich habe einen Termin und die andere Person ist zu spät gekommen. Und dann sagt sie mir, ja, es tut mir leid, aber weißt du, es hat angefangen zu regnen. Er lora? Na und? Fantastico! Was ich noch sagen möchte, ist, manche machen wir die Geste mit dem ganzen Arm, also so. Es gibt auch die verkürzte Version davon, die faule Version davon. Und zwar, wenn wir nur die Hand so bewegen. Ich zeige es wieder von der Seite. Der Punkt ist, egal ob wir die Geste so machen oder so machen, wir machen die Geste nicht so. Das habe ich schon mal gesehen. Oder doch, manchmal machen wir die Geste so, aber nur, wenn wir trainieren. Ansonsten ist das Tempo anders. Okay? Also, locker bleiben ist wichtig. Ich glaube, Italienisch zu lernen, bedeutet auch, zu lernen, locker zu bleiben. Bene, und adesso, und jetzt, kommt das Bild von L'uomo Italiano sotto la doccia. Der italienische Mann unter der Dusche. Siete pronti, seid ja bereit. Tada! Ja, jemand von euch war vielleicht überrascht, aber ich habe so viele Witze gesehen. Was ist das? Ein Italiener. Was ist das? Zwei Italiener. Was ist das? Ein toter Italiener. Und diesmal wollte ich einen Italiener unter der Dusche zeigen. Die Untertitel zu diesem Video habe ich wie immer ganz brav aufgelistet in der Videobeschreibung. Also, damit du die dir in Ruhe anschauen kannst. Und ansonsten, ich hoffe, du wirst es immer vertrauter mit der italienischen Gestik. Und du übst ganz fleißig. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis zum nächsten Mal. Alla prossima! Ich habe das ein bisschen auf Chinesisch gesagt, aber ich schneide es nicht. Ich habe gedacht, meine Videos werden nicht perfekt sein. Aber dafür kann ich mehr davon machen, weil ich nicht immer schneiden muss. Bene! Alla prossima! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!